Musik Kommt bitte alle her, der Vulkan ist kurz vor einem Ausbruch. Bei einem Ausbruch kann es eine riesige Katastrophe geben. Wir müssen die Bevölkerung informieren. Forscher behaupten, dass der Vulkan in Island alles bricht. Doch stimmt das wirklich? Oh mein Gott, weg hier! Gehen Sie alle in Ihre Häuser. Der Vulkan bricht aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland. Der Flugverkehr in Deutschland wird eingestellt. Da passiert schon nichts. Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland. Die Vulkanwolke nimmt ab. Wir müssen uns alles weggeräumt werden. Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland. Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland. Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland. Die Vulkanwolke ist auf dem Weg nach Deutschland.